Schiene fängt mit raus! Vielleicht finden wir ja auch ein Fundament. Deutel Silber, haben wir ja genug. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, darfst du ja jetzt mitmachen. Da hat sie mich gleich angeschrieben. Machst du mit? Ja, sofort! Wenn man mal hier so rumschaut, die ganzen Menschen, die man damit zu fassen bekommt, was für eine Dynamik das so entwickelt im Dorf. Und auch dieses Gespür, ja Mensch, ich wohne in einem besonderen Dorf. Das ist eine wahnsinnig alte Siedlungsstruktur. Das ist schon einzigartig. Liebe Fans der Archäologie, ganz herzlich willkommen hier bei unserem Projekt Schenefeld gräbt aus. Es geht um Wissenschaft. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie dabei sind! Moin! Dass wir hier in einem bestehenden Garten eine Forschungsgrabung machen, ist schon nicht alltäglich. Es sieht nach einer Scherbe aus. Schenefeld ist für uns interessant, weil wir hier diese Kirche aus dem 9. Jahrhundert haben. Damit ist historisch betrachtet Schenefeld einer der ganz wenigen Orte in Schleswig-Holstein, die über mehr als 1200 Jahre eine Siedlungskontinuität in die Neuzeit aufweisen. Das macht auch Spaß, ne? Das ist eine Gelegenheit, die muss man einfach wahrnehmen, ne? Und da kriegt man ja nie wieder, ne? Dass man mal richtig so ausgraben kann. Egal, was findet man oder nicht, alleine ist das Suchen, der Weg ist das Ziel. Ein Gelenkknochen. Warte noch mal, bis wir was bei irgendwo im Garten haben, was man nicht so sieht. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht! Interessant, weil wir ja tatsächlich auch Funde haben, bis ins Mittelalter inzwischen. Ich kann nur jede Gemeinde empfehlen, da mitzumachen, weil das hat so viele Benefits, dass es gar nicht so in Worten zu fassen soll. Einen Meter haben wir. Ende der Grabung. Ich glaube, dass das Format eine ganz, ganz große Zukunft hat. Hier entsteht Archäologie durch Handarbeit, durch das, was die Leute ausgraben werden. Das ist was ganz anderes als das Archäologie-Erlebnis im Museum. Und dann ist das, was dann wieder unschaffensiert bei der Nachdenkunde oder wie bei der Stadt, die die Leute ausmacht, haben wir überhaupt nicht nur berühmte und auch sehr, dass es mit dem, aber da sind die Leute ausgemacht. Und dann habe ich mich nicht, dass hier hast mich nicht. Und ich glaube, dass das bin Bear und ich nicht mehr so sehr, sehr, sehr dass ich mich nicht mehr so gez biết. Wie lange mit der Überschuss war, immer wiederum Fame oder ich bin, wo diese Leute ausgüße, bis ich mich nicht mehr so viel zu sagen. Und zwar ja, Und wir haben noch nie hin,